So, hallo, hallo, hier geht es jetzt schon los, Ernährung und Fasten. Immer warte ich einfach nur, bis die ersten Zuschauer eben da sind, damit ich nicht das Gefühl habe, in den leeren Raum zu sprechen. Aha, anscheinend wird das nur verzögert. Ich hoffe, ich habe hier einen neuen Monitor und habe natürlich den Readability Modus an, das bedeutet, der filtert, also der macht es ein bisschen angenehmer für die Augen, also er filtert viel blau raus, aber ich habe noch Flux drin, also ich habe Flux, den Modus und noch Flux noch super hoch, aber ich glaube, das sollte mit dem Input nichts zu tun haben. Na gut, hier fängt es an, mal gucken, wo ist denn hier, Uhrzeit, 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 ich gucke mal, dass ich die Sachen mit der Ernährung ein bisschen anders aufteile als im letzten Video. Na gut, gehen wir mal hier ein bisschen zum Praktischen. Wobei, das muss ich auf jeden Fall vorlesen, auch wenn es ein bisschen dumm ist. Also, wie erreiche ich eine hohe Mikronährstoffdichte? Ich habe die folgenden Regeln formuliert, um dir zu helfen, die Mikronährstoffdichte in deiner Nahrung zu erhöhen, ohne zu einem Mikromanager deiner Ernährung zu werden. Erstens, isst zu jeder Mahlzeit eine große Portion Gemüse, vorzugsweise grünes, blättriges Gemüse, vom Gewicht her sollte Gemüse mindestens die Hälfte der Mahlzeit ausmachen. Das kann sich unter Umständen natürlich ändern, wenn man halt wirklich sehr viel isst. Also, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich so Pi mal Daumen darauf achte, dass es so 50-50 sind, aber weil ich eben auch, also meine Nahrungsmengen auch ziemlich groß sind, da sind es mir auch noch nicht jetzt, also ich habe, glaube ich, noch jemanden über den Blog informiert, wie ich jetzt gerade trainiere. Ich beschäftige mich gerade mit organischer Kraft und so einer Mischung aus Ausdauer und Mobilität, so Trainingskonzepte will ich sagen, einfach mal so als abgeschlossene Systeme, wie alt, wie ich mir ein Rezept, also nicht explorativ, kein gar nichts, sondern das abgeschlossene Korpus von Übungen, von Progressionen und dann kann man das machen und das verbraucht ziemlich, ziemlich viel Energie, mein Krafttraining habe ich auch umgestellt und deswegen esse ich sehr viel, da ist das ungefähr 50-50. Im Allgemeinen deutlich mehr, also Gemüse, also nicht nur grünes Gemüse natürlich, sondern das Gemüse insgesamt. Zweitens, isst zu jeder Mahlzeit eine Proteinquelle, normalerweise sind das Fleisch, Fisch, Rohmilchprodukte oder Eier. Wenn du eine vegane Ernährung verfolgst, solltest du entsprechend darauf achten, dass du sehr abwechensreich Hülsenfrüchte und andere vegane, proteinreiche Lebensmittel isst. Als Veganer muss man sehr basteln, also es geht, wenn verschiedene Aspekte zusammenkommen. Erstens, man achtet sehr stark darauf, zweitens, natürlich, man ist auch der Typ dafür. Also es gibt unterschiedliche Gentypen bei Menschen und Genvarianten und einige verstoffwechseln eben bestimmte andere Dinge sehr schnell und dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig mit der veganen Ernährung. Drittens, isst zweimal pro Woche fetten Fisch aus Wildfangen. Kaltwasserfisch ist die beste Wahl, aber auch einheimische Fische wie Forellen sind hervorragende Lebensmittel. Ja, fetter Fisch ist gut. Viertens, isst das ganze Tier. Organfleisch hat die höchste Mikronärstiftdichte aller Lebensmittel. Außerdem ist es reich an Methionin, einer Aminosäure, welche durch Glykin ausbrancieret werden muss. Ja, das ist tatsächlich ein Fehler hier im Buch, nur dass ihr es mitbekommt. Und es ist ein Reich an Glykin. Und das wiederum gleich dann das andere eben aus. Also Glykin ist ein Organfleisch, Methionin ist das, was dadurch ausführlich hin wird. Diese findest du in Windegewehe wie Sehnen, Haut und Ähnlichem. Anstatt müßiges Mikromanagement der Aminosäuren, Vitamine und anderen Nährstoffen zu betreiben, sollst du einfach darauf achten, dass du möglichst viel vom Tier isst. Bei Muscheln und Sprotten isst du per Design das ganze Tier. Auch Eier zählen in dieser Kategorie, obwohl sie noch keine Tiere sind. Also das ganze Tier zu essen ist eine unheimlich wichtige Sache. Ja, weil sich auch verschiedene Mikronährstoffe in verschiedenen Teilen vom Tier dann eben akkumulieren. Ja, das Rauschen, das kann sein, das jetzt so ein bisschen rauscht, weil hier Lüfter an ist. Und das halt ein bisschen mehr angeht. Aber, naja, warte mal. Ja, 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 ja. Dann, ich weiß nicht, ob ich das Headset machen kann. Da habt ihr natürlich recht. So, zack. Input automatisch, ansonsten muss ich gleich den Stream nochmal neu starten. So, hört ihr mich noch? Zacke, zacke, bumms. Warte mal, ich kann mal gucken. Da, 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 da. Ja, hervorragend. Also das Rauschen müsste jetzt ein bisschen weniger sein. Danke für den Hinweis. So, das ganze Tier. Also, verschiedene Mikronährstoffe reichern sich natürlich in verschiedenen Körperteilen an. Zum Beispiel das Coenzym-10 oder, also was man so in diesen Werbungen findet, was in den Hautcremes drin ist und so weiter. Das ist ganz wichtig für die Mitochondrien. Und Überraschung, das Herz hat ganz viel Coenzym-10. Woran liegt das? Das Herz ist sehr dicht mit Mitochondrien vollgepackt. Und deswegen ist eben das Coenzym-10 da ganz schön viel drin. Und deswegen sollte man im Grunde, oder das sind eben zwei Sachen. Also probiert nicht das Ganze zu mikromanagen. Also versucht nicht irgendwie, ja, ich brauche viel Vitamin A und dann trackt sie das irgendwie und all so eine Kacke. Sondern esst einfach mehr oder weniger das ganze Tier. Also wenn man irgendwie mal, also ein Ding nicht isst, also was wäre denn so ein Beispiel? Wenn man Milz nicht isst, keine Ahnung, ich habe noch niemals Milz beim Fleischer gesehen, dann ist es jetzt halb so wild. Aber guckt das hier, Niere, Leber, Herz sind so eigentlich überall erhältlich. Gehirn seltener, Hoden. Mein absoluter Tipp, also Hoden, das klingt erstmal, glaube ich, am seltsamsten. Vielleicht auch für die Männer. Keine Ahnung, vielleicht auch für die Frauen. Aber wenn man mit Organfleisch anfangen will, sind Hoden das Mittel der Wahl. Denn die schmecken echt sehr neutral, selbst wenn man Schafshoden nimmt. Und Schaf ist ja prinzipiell eher sogar noch ein bisschen strenger als die Sachen wie Rind und so. Isst ein bis drei Portionen Organfleisch pro Woche. Wechsel auch hier ab. Leber, Niere, Herz sind diejenigen Teile, welche üblicherweise erhältlich sind. Gehirn und Hoden sind schwieriger zu bekommen. Organfleisch ist mit Abstand das mikronährstoffreichste Lebensmittel, das es gibt. Mit großem Abstand. Also wenn man Palio macht und kein Organfleisch isst, dann ist man selber schuld. Wenn man Veganer isst, dann isst man natürlich jetzt kein Organfleisch. Da muss man anders an die guten Dinge rankommen. Abwechslung ist wichtig. Wenn du immer nur eine kleine Auswahl von Lebensmitteln isst, wirst du Gefahr laufen, dass du bestimmte Nährstoffe viel zu wenig aufnimmst, während du andere Nährstoffe zu viel aufnimmst. Diese wirken als Schadstoffe. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die auch bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten eine Rolle spielen. Wenn man immer und immer und immer wieder das Gleiche ist, entwickelt der Körper natürlich dann auch eine Sensitivität dagegen. Also das kann schon mal passieren. Und das ist auch ein Vorteil der saisonalen Ernährung. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Kürbis wie dieses Jahr gegessen. Das ist nämlich auch keine Überraschung. Das ist das erste Mal überhaupt, dass ich regelmäßiger Kürbis gegessen habe. Ich glaube, das letzte Mal war vor zehn Jahren oder so davor. Grünkohl und solche Sachen. Und im Sommer werden es halt deutlich mehr Salate, Paprika, viel mehr Früchte und solche Sachen. Und dadurch gibt es eben an und für sich eine Abwechslung. Also Abwechslung muss nicht einfach sein, tägliche Abwechslung. Man kann ruhig zwei, drei Tage mal das Gleiche essen und dann eben auf ein anderes Lebensmittel wechseln. Nur eben, ja, muss man eben darauf achten, dass man es überhaupt tut. So, bla, bla, bla. So. Jetzt geht es darum, wie man Schadstoffe entfernt. Und zwei dieser Schadstoffe sind Pestizide und Antibiotika. Das muss ich jetzt hier noch einmal wiederholen. Damit das in der Lesung drin ist. Weil ich die natürlich dann auch verlinken werde. Der erste Schritt ist natürlich die Qualität der Nahrungserhöhen. Die Qualität richtet sich in erster Linie nach den Wachstumsbedingungen der Nahrung. Als wir Menschen noch, Jäger und Sammler durch die Gegend zogen, war Wissen über die Nahrung unglaublich wichtig. Wer nichts über Nahrung wusste, hat sich vergiftet. In unserem modernen Wissen jedoch muss ein weiterer Faktor hinzukommen. Vertrauen. Nur die wenigsten können ihre Nahrung wirklich wachsen sehen. Dafür haben wir das Bio-Siegel erfunden. Dieses Siegel soll uns sagen, dass die Wachstumsbedingungen für unsere Nahrung auf eine bestimmte Weise waren. Ich schreibe hier an dieser Stelle ganz bewusst nicht gut. Das Bio-Siegel ist ein Element der industriegelen Herstellung von Lebensmitteln. Dieses durch Profit angeleitet, was ein Grund für die katastrophale Lage des Nahrungsangebots für uns Menschen der Moderne ist. Wenn ich Eier von garantiert artgerechten gehaltenen Hühnern haben will, gehe ich ein paar Minuten zu einem lokalen Schrebergartenbesitzer. Die sind groß wohlschmeckend und von Hybridhühnern gelegt, die nicht die Überzüchtungsprobleme ihrer reinrassigen Artgenossen erleiden. Die Eier haben kein Bio-Siegel, dafür aber mein Vertrauen. Also kurzer Disclaimer, das sind aktuell gar keine Hybridhühner mehr. Ich glaube, das sind quasi ausrangierte Hühner aus der Massentierhaltung oder ausrangierte Käfighühner, die er dann eben aufnimmt und denen er so eine Art schönen Lebensabend bestellt. Das ist auch ein schöner Gedanke. Ich kann mit eigenen Augen sehen, wie er die Hühner hält, unter welchen Bedingungen sie aufwachsen. Ich kann mich von der Qualität der All so überzeugen und brauche nicht auf irgendein Label einer Nahrungsindustrie zu bauen, die unser aller Vertrauen schon häufig missbraucht hat und es immer noch versucht. Wollte ich Bio-Eier kaufen, müsste ich viel Vertrauen vorschießen. Das ist eben die seltsame Krux. Also Bio ist auf jeden Fall besser als nicht Bio, aber man soll eben nicht glauben, dass Bio tatsächlich eine nachhaltige Lösung ist. Also ich glaube, da wird sich einiges tun. Ich glaube, da wird sich noch einiges entwickeln. Also ich erlebe zum Beispiel immer mehr so Sachen in Richtung Permakultur tatsächlich. Also ich habe im Real bei uns gibt es sogar Permakultur-Produkte. Ich habe natürlich keine Ahnung, was das eben heißt. Also ich glaube, Permakultur ist kein geschützter Begriff, zumindest nicht, soweit ich weiß. Und ja, weiß der Geier, also weiß der eben, es ist einfach ein bisschen teurer. Ich habe es nicht nachgeprüft und es zählt als Bio, es ist Bio-zertifiziert. Und deswegen ist es im Grunde noch ein Schritt. Nächster Schritt wäre, ich könnte mich irgendwo hier im Gebüsch Gemüse anbauen. Ja, aber nächster Schritt wäre natürlich dann auch ein eigener Garten. Und irgendwann dann auch natürlich mehr Kontakt dann hier zu den regionalen Bauern. Aber weiß der Geier, wo ich dann in absehbarer Zeit wohnen werde. So. Wir können an dieser Stelle den Vergleich zu unseren Vorfahren, den Jäger und Sammlern ziehen. Sie brauchten Vertrauen in die Nahrung. Haben sie ein Tier frisch erlegt oder gerade eine Handvoll Beeren gepflückt, mussten sie ihr Vertrauen aus dem Wissen um die Bekömmlichkeit ziehen. Die Beeren könnten giftig sein und das Tier könnte eine ansteckende Krankheit haben. Du bist dieser Jäger und Sammler, welcher nun vertrauenswürdige Nahrung sucht. Ein Jäger und Sammler der Urzeit würde uns wahrscheinlich für wahnsinnig halten, wenn er erführe, wie wenig Zeit und Energie wir in die Güte unserer Nahrung investieren. Bei verarbeiteten Bioprodukten wird es noch viel schwieriger, echtes Vertrauen aufzubauen. Wir müssen dem Bauern vertrauen, dem Zwischenhändler, dem Hersteller, der die Produkte zum Müsli verarbeitet und dem Händler, welcher das Müsli vertreibt. Daher glaube ich nicht an sogenannte innovative Naturkostmarken, die moderne, hochqualitative Bioprodukte vertreiben. Das ist übrigens ein Originalzitat aus einer Mail. Ich kriege ja ab und zu so, wie nennt man das, Code Approach Pitches. Also wird aus dem heiteren Himmel angeschrieben, ob ich nicht Lust auf eine Partnerschaft hätte. Manchmal stellen die Leute sich auch gar nicht vor. Die sagen, hey, ich vertreibe Bioprodukte, hast du Bock auf eine Partnerschaft? So ganz aus dem Blauen heraus. Ich frage mich, was da so die Erwartungshaltung ist. Ja, ich meine, ich finde Zusammenarbeit cool, aber weißt du, naja. Also es scheint so, dass sie zumindest hinreichend Erfolg damit haben, damit das Verhalten nicht abgestellt ist. Jedenfalls, genau, sind hier, also wenn man sich zum Beispiel Bio-Müsli kauft, das ist nicht unbedingt, also es ist so weit weg von einem natürlichen Lebensmittel. Und natürlich ist hier nicht so ökomäßig gemeint, sondern da stecken so viele Zwischenschritte dahinter, dass das Vertrauen eben nicht mehr gerechtfertigt wird. Also kauft euch lieber dieses Zeug nicht. Ja, sie haben den Anspruch, Nahrung von hoher Qualität zu vertreiben. Wenn die Nahrung deinen Vorstellungen entspricht, vegan für Veganer, kein Getreide für Palios und so weiter, können wir einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gehen. Du sollst allerdings bedenken, dass Hersteller solcher Produkte ebenso eingebunden in das kapitalistische Netz der Nahrungsindustrie sind, wie jedes andere Unternehmen auch. Das heißt, dass sie dem gleichen Druck nach Profit ausgesetzt sind. Sie sind nicht erfolgreich, wenn sie dich mit guter Nahrung versorgen. Sie sind erfolgreich, wenn sie sich auf dem Markt behaupten. Also das ist im Grunde auch eine Sache, die werde ich irgendwann mal noch sehr viel deutlicher ausformulieren. Das Ding ist, was viele Leute nicht so auseinanderhalten können, ist, was real passiert und was im Grunde zweckrational oder was aufgrund der vorhandenen Zweckrationalität der Beteiligten an einem Markt passiert und dem, was geregelt ist, reguliert ist, gewollt ist und so weiter. Nehmen wir mal, tja, was wäre so ein Beispiel? Ein Beispiel, was nicht politisch ist. Ich habe ziemlich viel Politik in den letzten Monaten so verfolgt und das ist ja richtig zum Kotzen. Ja, nehmen wir mal einfach, sagen wir mal, das ist ein gutes Beispiel. Sagen wir mal, deine Freundin, ich tue mal so, als wäre, also als wäre ihr ein Du. Ne, sagen wir mal, die Freundin eines Mannes fragt, sehe ich in diesem Kleid gut aus? Was soll er sagen? Die Wahrheit? Eine Notlüge, die sieht übrigens scheiße aus in dem Kleid. Also sie sieht natürlich super gut aus, aber das Kleid sieht zum Kotzen aus. Oder ausweichen. Ne, es kommt eben darauf an, welches kurz- und welches langfristige Ergebnis man haben will. Man könnte eben sagen, ja, natürlich versucht man ihr ein gutes Gefühl zu geben, aber will man das wirklich? Weil man gibt ihr vielleicht ein gutes Gefühl, dafür sieht es aber auf der Party wirklich scheiße aus. Und wird eben auch, ich weiß nicht, ob man da so behandelt wird, aber nehmen wir mal einfach das Argument des Willens eben an. Möchte man seine Partnerin wegen so einer Nichtigkeit anlügen? In welcher Partnerschaft befindet man sich? Befindet man sich in einer Partnerschaft, in der man so wenig Innigkeit hat, in der man selbst bei solchen unwichtigen Dingen nicht eine unangenehme Wahrheit sagen kann? Ne, das basiert natürlich auf Gegenseitigkeit. Also wenn, ne, also jetzt nehmen wir mal an die Frau, jetzt kommt es hier zu den Annahmen, die ich eben sage. Nehmen wir mal an, die Frau sagt, ja, ich will, dass du mir immer die Wahrheit sagst. Okay, denkt sich der Mann. Klingt ein bisschen autobiografisch, aber niemals ist in meinem Leben nicht vorgekommen, die Situation. Sagt sich, okay, der Mann, der nimmt das ernst. Die Frau zieht irgendein Kleid an, was halt gar nicht geht. Der Mann sagt, du Schatz, ich finde dich nach wie vor wunderschön, aber das Kleid, das geht gar nicht. Und was macht die Frau, wie reagiert sie? Honoriert sie die Ehrlichkeit oder sagt sie, das geht ja, du verunsicherst mich total, ich habe das Kleid ganz lange ausgesucht und im Grunde dreht sich das nur um sich. In beiden Fällen, also, wenn das nicht geht, wenn man da nicht die Wahrheit sagen kann, dann passiert folgend eines. Man wählt kurzfristigen Nutzen und langfristigen Schaden. Und das ist im Grunde das, was bei, sagen wir mal, bei diesem ganzen Biokram eben auch stattfindet. Das ist ein kurzfristiger Nutzen, denn immerhin hat man so ein bisschen was gemacht, man ist ein bisschen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Der langfristige Schaden stellt sich eben dann ein, wenn, sagen wir mal, die Lebensmittelindustrie und eine Industrie, und ich meine das in ihrer großen Anonymität, dadurch im Grunde die Mittel an die Hand bekommt, weiter dieses Schmierentheater zu betreiben. Das wäre der langfristige Schaden. Deswegen, ja, kauft Bioprodukte, sobald ihr könnt, also ich kenne das als Student, ich habe damals quasi so viel Bio gekauft, wie ich es mir leisten konnte. Und natürlich dann auch viel nicht Bio. Und dann, als ich dann aufgehört habe, also als ich dann so ein bisschen mehr Geld auf der Verfügung hatte, dann habe ich natürlich, also dann habe ich eben angefangen, mir neue Lebensmittelquellen zu suchen, grundsätzlich Bio zu kaufen, Lebensmittel immer weniger nicht Bio zu kaufen und so weiter. Aber der nächste Schritt muss kommen. Wenn der nächste Schritt nicht kommt, mache ich mich zum Teil des Problems. Hier geht es weiter. Wie lange bin ich schon? Zehn Minuten. Ja, noch zehn Minuten, dann geht es hier weiter zum Fasten. Ich glaube, dass die meisten Hersteller solche Produkte gute Absichten haben, doch auch die Hersteller ihre Ausgangsprodukte, doch haben auch die Hersteller ihre Ausgangsprodukte gute Absichten. Vielleicht beziehen sie ihre Rohstoffe von einem Großhersteller, der sich mit dem Biosiegel lediglich einen höheren Profit verspricht. Wie sehr vertraust du diesen Menschen, die du niemals in deinem Leben gesehen hast und wahrscheinlich niemals sehen wirst? Halten sie sich wirklich eine Bio-Verordnung? Weißt du überhaupt, was hinter der Bio-Verordnung steckt? Während das Biosiegel der EU erlaubt, dass dem Lebensmittel noch 47 Zusatzstoffe beigefügt werden, ein Beispiel dafür wäre Erdbeeraroma aus bakterieller Produktion, erlaubt das Demeter-Siegel nur noch 13 besagtes Erdbeeraroma wäre in diesem Falle tabu oder verboten. Das EU-Siegel erlaubt organische Handelsdünger wie Blut, Fleisch und Knochenmehle, während Bio-Land es verbietet. Das ist auch eine ziemlich komplizierte Sache. Also wenn ihr genug Kohle habt, sage ich einfach mal ganz direkt, dann ist so meine Erfahrung Demeter die beste Wahl, also soweit es geht. Und dann muss man eben gucken. Das EU-Siegel ist, glaube ich, das Schlechteste. Was aber auch eben daran liegt, dass die EU, wie soll man sagen, so weit weg von dem echten Leben ist, dass es einfach nur ein Haufen von Bürokraten sind, die einfach überhaupt keine Ahnung von gar nichts haben. Jetzt bin ich doch politisch geworden. Wie viele Menschen resignieren, wenn sie mit der scheinbaren Vielzahl von Fallen in der Ernährungsfreiheit konfrontiert. Sie sagen, da kann man ja gar nichts mehr essen. Daher ist Vertrauen wichtig. So wie man dies in zwischenmenschlichen Beziehungen wertschätzen sollte, sollten wir dieses Vertrauen auf den Bereich der Ernährung wertschätzen. Da schätze ich auch meinen Eiermann und seine kleine Hühnerschar. Obwohl ich für weniger Geld, für eine bessere Qualität im Vergleich zu Bio-Eiern bezahle, wäre ich auch bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Also seine Eier sind nicht mehr ganz so günstig, falls jemand mir meine Eier streitig machen will. Aber ja, ich gehe trotzdem dahin. Also es ist teurer. Also der will jetzt mehr Kohle haben, als ich für Bio-Eier bezahlen würde. Es ist trotzdem wert. Es ist wichtig. Es ist regional. Ich baue eine persönliche Beziehung auf. Und Stück für Stück. Ach so, das kommt ja noch. Das hat nichts mit dem Prinzip zu tun, dass man eben mehr Geld ausgeben sollte, wenn man Wert auf Qualität legt. Der Preis einer Ware hat nichts mit ihrem Gebrauchswert zu tun. Bio ist nicht teuer, weil es besser ist. Oder mehr Aufwand. Der Aufwand, Muscheln zu züchten, ist nahezu null. Wohl, du musst die Muscheln an Seien und Säuen anlegen, nur noch zu warten und dann zu ernten. Aber sind Muscheln deswegen billiger als etwa Pangasius, welcher mit absurden Mengen Antibiotika behandelt werden muss, damit er in der Massenhaltung im eigenen Kot überlebt? Und der Preis einer Ware bestimmt sich in der Wirtschaft ausschließlich danach, was Menschen bereit sind zu zahlen. Daher haben wir so enorme Preisspannen in jeder Produktkategorie, welche sich nicht in der Qualität der Produkte widerspiegelt. Deswegen, also jeder Markt hat auch eine eigene interne Logik. Also, wie soll man sagen, also bei Honig geht was anderes, also gibt es quasi eine andere Gewinnspanne als zum Beispiel beim Wasser. Und beim Wasser gibt es eine andere Gewinnspanne als bei Fahrradpumpen. Teilweise sind die Gewinnspanne super, super krass. Bei Supplementen, da gab es einige Skandale so in der Fitness-YouTube-Szene. Da hatten die Gewinnspannen, das war unglaublich. Also, das war, was einmal geleakt wurde, das war, ich weiß gar nicht mehr, was für ein komisches Produkt das war. Das hat 1,80 Euro gekostet pro Dose vom quasi, also bis es wirklich bei dem Endverkäufer lag. Und der wollte es für 30 Euro verkaufen. Der hat natürlich einen riesen Aufschrei, also hat es auf 20 Euro runtergesetzt. Aber der hat immer noch, der verkauft das Ding für das Zehnfache von dem, was er selber bezahlen musste. Das ist zum Beispiel das, was ich aus der Supplemente-Industrie mitverfolgt habe. In anderen Sachen, oder in anderen Bereichen ist die Gewinnmarge extrem klein. Also, das ist, das hat nicht viel miteinander zu tun. Wenn ich meine Eier beim besagten Eiermann kaufe, nehme ich in gewisser Weise doch am Markt teil. Schließlich bezahle ich mit Geld und der gute Mann wird davon seine Miete bezahlen oder ähnliches. Der wichtige Unterschied zu einem Bio-Ei ist die persönliche Beziehung, welche ich zu diesem Mann aufbaue. Durch diese kann ich das Vertrauen aufbauen, was mir ermöglicht, dass ich mir keine Gedanken mehr um die verschiedenen Bio-Verordnungen machen muss. Ich muss keinem großen, anonymen Konzern vertrauen und habe keine Zwischenhändler zwischen mir und der Produktion. Dadurch fallen viele Unwägbarkeiten weg. Um meine Eier muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Ich muss es ein bisschen zurücknehmen. Mein Eiermann hat mein Vertrauen missbraucht. Ich habe ihm gesagt, pass auf, wenn du Holz zu hacken hast, dann mache ich das. Ich habe schon ewig kein Holz mehr gehackt und dachte mir, also im Sturm hat er sich so ein paar Bäume gekrallt, also die da auch in der Siedlung umgefallen sind. Und dann hat so ein anderer Typ die gehackt. Das ist ja schrecklich. Die wichtigen Stellen, um so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, sind der Wochenmarkt. Hier bieten viele Bauern ihre Waren direkt an. Du kannst mit deinem Produzenten sprechen und eine persönliche Beziehung aufbauen. Je weniger Zwischenhändler du in deiner persönlichen Nahrungskette hast, desto weniger Probleme wirst du haben. Es kommt anscheinend auch auf den Markt an. Ich habe auch gehört, ich habe von einem Markt gehört, das ist überhaupt nicht das. Da ist eine Kirche von mir drüber gegangen und hat gesagt, die verkaufen einfach alle nur Importprodukte. Das gibt es auch. Also man muss das Beste aus dem machen, was man gerade zur Verfügung hat. Der regionale Bauer. In vielen Fällen verkaufen Bauern direkt am Hofladen. Natürlich musst du aufpassen, weil sie unter Umständen ihr Sortiment durch Zukauf von anderen Gütern erweitern müssen, damit sie ihren Hofladen führen können. Also weil die Leute natürlich nicht von irgendwie zu zehn Hofläden wollen. Dann haben die eben auch Bio-Avocado irgendwo bei sich. Deine direkte Umgebung und dein Garten. Oft sind es versteckte Kleinode wie Schrebergartensiedlungen oder dein eigener Garten, welche zu deiner Quelle bester Nahrung werden können. Vertrauen ist es, was deine Nahrung frei von Pestiziden und Antibioten gehält. Hier war eine Frage. Ich wusste es. Hashtag Politik von Thorsten mit Borsten. Hast du letztes Jahr gewählt und wenn ja, welche Parteien? Ich beantworte keinerlei politische Fragen. Auch wenn ich manchmal aus Versehen politische Kommentare irgendwie mache. Aber wir haben hier keine Politik-Sache. und das Gerät immer aus den Fugen. So, bla bla, für manche schädlich, Individualisierung. Wir haben noch drei Minuten für... Gutes Einkauf, Vertrauens-Einkaufsroutine, Einkaufstechnik. Das hatten wir alles. Na egal, wir machen mal das Fasten. So viel Zeit haben wir an hier nicht. Fasten, 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 Fasten. Fasten ist, glaube ich, auch... So. Fasten. In diesem Buch werde ich drei Begriffe von Fasten verwenden, die sich alle aufeinander beziehen. Erstens Fasten, zweitens Intermittierungsfasten, drittens Metabolisches Fasten. Fasten ist der willentliche Verzicht auf Speisen und Getränke. Da kann man entweder generell darauf verzichten, etwas zuzuführen, oder man kann sich lediglich auf eine gewisse Auswahl von Speisen und Getränken beziehen. Das ist auch im Grunde das, was man Fasten eigentlich meint. Also, man macht nichts außer Wasser trinken. Einige trinken Tees, einige trinken noch Kaffees und so. Das ist immer unterschiedlich. Intermittierendes Fasten heißt, dass man Perioden des Nicht-Essens mit Perioden der Nahrungszufuhr auf geplante Weise abwechselnd. Jedes Nicht-Essen, das länger als 24 Stunden dauert, faste ich nicht mehr als Intermittierendes Fasten auf, sondern als generelles Fasten. Intermittierendes Fasten bedeutet also, dass wir mindestens einmal am Tag essen. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Warum habe ich diese Unterscheidung getroffen? Weil die Nahrung oder beziehungsweise der Wechsel von Nahrungszufuhr und Nahrungsenthaltsamkeit, würde ich mal nicht sagen, aber der Wechsel eben von Essen und Nicht-Essen, ein wichtiges Element des Kikadan-Rhythmus ist. Also des Tagesrhythmus, des biologischen Tagesrhythmus. Und wir leben eben in einer Welt, in der der Rhythmus nicht optimal funktioniert. Ich hocke jetzt zum Beispiel hier drinnen, meine Augen haben kein UV-Licht. Ich weiß nicht, also ich, mein Gehirn, mein Retina und mein SCN, also das ist der Supra-Schar-Blabla-Nukleus. Ich weiß, ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Das ist auf jeden Fall das Ding, was die Tageszeit und die Uhrzeit eben misst. Und das, der weiß es eben nicht. Und deswegen versuche ich im Grunde, möglichst viele Aspekte zu verstärken. Also deswegen ist Intermittieren des Fasten eben auch ein so ein Mittel, also das ich eben wähle, um eben auch den Kikadan-Rhythmus dann eben zu verstärken, damit eben die ganze Maschinerie noch in Harmonie läuft. Und deswegen empfehle ich hier ausdrücklich nicht, längeres Fasten regelmäßig zu machen. Einfach, weil ich nicht sehe, dass der Vorteil, sagen wir einmal im Monat für drei Tage zu fasten oder so, die Kosten übersteigt. Zumindest, wenn man regelmäßig fastet und nicht ansonsten gut ernährt, Bewegung hat und so weiter. Das ist natürlich kontextabhängig. Metabolisches Fasten ist der Verzicht auf jede Nahrungszufuhr, die den Fastenstoffwechsel wesentlich stört. Diese Definition beinhaltet ab sich das Prädikat wesentlich, weil metabolisches Fasten ein Begriff mit unklaren Grenzen ist. Metabolisches Fasten ist im Grunde ketogene Ernährung, könnt ihr euch so vorstellen. Backloading ist auch metabolisch intermittierendes Fasten. Also Backloading bedeutet einfach, sagen wir mal im einfachsten Fall, ich trainiere um 5, ich arbeite jetzt, sagen wir mal einfach ganz gewöhnlich einen 9-to-5-Job oder einen mit gewöhnlichen Zeiten und esse zum Frühstück High-Fat-Moderat-Protein, zum Mittagessen High-Fat-Moderat-Protein oder auch Moderat-Fat-Moderat-Protein und zum Abendessen nach dem Training esse ich zum Beispiel Kohlenhydrate. Also irgendeine Kohlenhydratquelle oder stärkereiche Quelle. Jedenfalls ist das eben metabolisch intermittierendes Fasten in Anführungsstrichen. Also den Begriff würde ich da nicht verwenden, aber so ist es ein bisschen anschaulicher. In einfachen Worten, Fasten heißt nicht essen. Intermittierendes Fasten ist der geplante Wechsel von nicht essen und essen. Metabolisch Fasten heißt, dass du so isst, dass dein Körper ähnliche Reaktionszeit, als hättest du nichts gegessen. Das ist eine häufige Frage. Unterbricht der Bulletproof-Coffee meinen Fasten? Unterbricht das und das meinen Fasten? Und kann ich irgendwie noch einen Shake trinken? Kann ich eben das machen? Und so weiter. Der Fastenstoffwechsel ist eine komplexe Sache und besteht nicht nur aus einer Sache. Also wenn man fastet, Entschuldigung, wenn man Kohlenhydrate weglässt und man sich nicht tonnenweise Protein reinknallt, dann ändert sich der Stoffwechsel schon. Das könnte man eben auch als Fastensurrogat bezeichnen. Ich nenne es hier metabolisches Fasten. Metabolismus meint vor allen Dingen hier den Energiestoffwechsel. Es gibt aber auch Clock-Gene, die in der Leber, die gehen scheinbar an, wenn man irgendwas zuführt, was eben nicht Wasser ist zum Beispiel. Und die Rhonda Patrick sagt dann eben auch, in ihrer Fastenphase trinkt sie auch keine Tees, weil sie eben nicht die Uhr in der Leber einfach anschalten will, sondern alles halt gleichmäßig haben will. Ich mache das eben genauso. Ich trinke deswegen auch während meiner Fastenphase nur Wasser. Also kann man das nicht so genau sagen. Es kommt darauf an, was man machen will. Aber wenn man Fasten komplett haben will, dann trinkt man eben einfach nur Wasser. Fasten gehört auf die Young-Seite. Das bedeutet, dass Fasten ein Element ist, dass der energieverbrauchenden Seite zugehörig ist. Fasten bringt uns in einen Modus, welcher durch folgende Merkmale gekennzeichnet sein sollte. Erstens. Fasten verbessert die Aufnahmefähigkeit des Körpers für Nahrung, und verbessert den Schlaf. Indem wir auf der Young-Seite aktiv sind, entsteht ein Bedarf nach Yin. Also nicht Fasten selbst, wenn man nichts isst, schläft man nicht einfach besser, sondern wenn man vorher gefastet hat und dann gegessen hat, dann sollte man besser schlafen können. Also wenn die These eben stimmt. Fasten teilt viele Eigenschaften von Bewegung. Wenn wir fasten, löst dies Bewegungsdrang auf, so wie Nahrungsaufnahme uns faul und bequem macht. Außerdem sollte Fasten die Denkfähigkeit verbessern und nicht verschlechtern. Gehen wir mal hier... Genau, gehen wir mal einfach direkt hier zum Fasten und Bewegung. Das ist, glaube ich, das Interessanteste. Also für die Leute, die jetzt zuhören. Fasten und Bewegung teilen sich viele Eigenschaften. Darin können wir erkennen, dass beide zur Young-Seite des Lebenswandels gehören. Young heißt Energieverbrauch. Energieverbrauch. Achso, habe ich ja vorher erwähnt. Beide gehen mit einer verbesserten Insulinsensitivität her. Falls ihr hört, dass Intermittierendes Fasten oder Fasten die Insulinsensitivität verschlechtert, genauso wie die ketogene Ernährung, dann gilt das für längere Dauern. Intermittierendes Fasten bis zu... mindestens bis zu 36 Stunden verbessert die Insulinsensitivität. Insulinsensitivität. Das macht vor dem Hintergrund Sinn, dass eben auch Leber- und Muskelglykogen verbraucht werden. Muskelglykogen nur, wenn ihr Sport macht. Wenn nicht, dann nicht. Oder nicht in einem ausreichenden Maße, dass das irgendwie jetzt relevant wäre. Fasten, und das lässt sich einfach durch die Bank weg nachweisen, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, verbessert die Insulinsensitivität, wenn es nicht lange gemacht wird, sondern kurzfristig. Beide führen zu reduzierten Energiespeichern. Beide führen zu einer Ausschüttung von Stresshormonen. Erinnern wir uns an den zweiten Anspruch des guten Fastens. Wenn wir fasten, löst dies Bewegungsdrang aus, so wie Nahrungsaufnahme uns vorn und bequem macht. Das ist auch ein wichtiger Test. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den hier lese, deswegen sage ich es mal von vornherein. Wenn Fasten dich müde macht, hast du eine schlechte metabolische Flexibilität. Bist du wach, konzentriert und spritzig während des Fastens, dann hast du eine gute metabolische Flexibilität. Wenn deine metabolische Flexibilität scheiße ist, dann sollst du nicht fasten. Das Training der metabolischen Flexibilität kommt immer vor dem Fasten. Also man fängt nicht einfach an und ja, das Fasten verbessert geringfügig die metabolische Flexibilität, aber bevor man das macht, sollte man erstens die Kohlenhydrate auf das Maß zurückschrauben, auf das man verbraucht. Also man muss den Verbrauchter ausrechnen, erstens. Zweitens, seine Ausdauer massiv verbessern. Ein gesunder Mensch kann zwei Stunden lang joggen. Nicht schnell, aber joggen. Nicht walken und auch nicht nordic walken. Ein, ich habe irgendwo hier, glaube ich, sogar, irgendwo habe ich hier sogar, wie heißt das hier, Standards. Tja, finde ich jetzt nicht. Es gibt einige Standards für die metabolische Flexibilität und das sind Leistungsstandards. Die ersten Standards gehen in Richtung Ausdauer. Dann, wenn man die eben hat, dann geht es in Richtung Fasten. Ein weiterer Test für die Fastenfähigkeit ist übrigens, kann man 24 Stunden fasten, ohne, dass man maßgeblich sein Leben verändern muss. Wenn man weniger Sport machen muss, als man es gewohnt ist, ist die metabolische Flexibilität zu schlecht für das eigene Leben. Nicht jeder braucht die gleiche. Mehr ist natürlich besser. Aber, wenn man eben, sagen wir mal einfach, eine Stunde Yoga am Tag macht und ansonsten sich nur einigermaßen aktiv verhält, dann benötigt man weniger, eine geringere metabolische Flexibilität, als zum Beispiel jemand, der zweimal am Tag Crossfit macht oder so. Das ist auch klar. Sollte man nicht immer können. Also, das heißt nicht, dass man eine Woche lang fasten soll und dann zählt jeder Tag irgendwie einzeln oder jeden Tag 24 Stunden fasten oder so eine Scheiße. Das läuft der allgemeinen sozialen Konditionierung entgegen. Normalerweise denken wir, dass wir schlapp und müde sind, wenn wir nichts gegessen haben. Du brauchst doch Kraft, damit du trainieren kannst. So lautet der häufige Nachsatz, der uns empfohlen wird, vor dem Training noch eine Stärkung zu uns zu nehmen. Doch sehen wir uns an, wie der Körper auf das Fasten reagiert. Während des Fastens schüttet er Hormone aus, welche uns bewegungsfreudiger machen. Grillin ist ein Hungermohn. Grillin verbessert die Herzleistung. Der Körper bereitet sich auf Anstrengung vor und macht das Herz-Kreislauf-System startklar. Grillin erhöht bei akuter Gabe die Bewegungsfreudigkeit von Mäusen. Das ist exakt das, was Hunger machen sollte. Man wird aktiv und motiviert. Hunger ist eine der grundlegenden Motivationen in der Natur für Bewegung. Nicht Sattheit. Man hat nicht Kraft, wenn man satt ist. Man hat keine Energie, wenn man satt ist. Also keine, sag ich mal, spirituelle Energie zur Bewegung. Das macht keinen Sinn. Man bewegt sich, weil man Hunger hat. Bewegung ist die Lösung auf das Problem des Hungers. Grillin ist wichtig für kognitive Funktionen, wie das Gedächtnis. Das wache, klare Gefühl, das viele während des Fastens verspüren, kann man wenigstens teilweise diesem nottropischen Hungerhormon zuschreiben. Für die Jagd muss man wach und klar sein. Dazu kommt natürlich, also andere Hormone, auch Anabole-Hormone, haben einen positiven Effekt auf die Kognition manchmal. Und deswegen ist übrigens auch eine Sache, die ich noch nicht ausgearbeitet habe, aber ich vermute sehr stark, dass der Wechsel von Fasten und Essen, dass man den ausnutzen kann, wenn man lernt. Aber fragt mich nicht wie. Ich vermute einfach mal, dass man quasi kreative und belastende Sachen einfach während des Fastenfensters eben macht und dann isst und dann einfach entspannt. Und das Ganze sich sitzen lässt. Aber mal gucken, vielleicht komme ich ja irgendwann noch dazu. Grillin bewirkt bei Mäusen eine verbesserte Stressresistenz bei verschiedenen Belastungstests, wie beispielsweise erzwungenem Schwimmen. Interessant ist, dass sie den erhöhten Grillin-Spiegel durch eine Kalorienrestektion erreicht haben, in Klammern Hunger. Das heißt, das Experiment lief so, dass die einfach die Mäuse haben hungern lassen, die armen Dinger, und dann hat man die einfach in eine Wanne geschmissen und dann mussten sie eben schwimmen und dann hat man getestet, okay, wie sieht es mit den Stresshormonen aus und so weiter. Und das verbessert sich. Grillin erhöht den Blutzuckerspiegel, wenigstens nach akuter Ergabe. So steht im Gehirn mehr Energie zur Verfügung. Das ist eben auch Teil wahrscheinlich auch indirekt über das Wachstumshummo und das kann natürlich auch sein. Also es ist auch so ein Faktor. Aber Hunger löst eben eine Freisetzung des Glykogens aus. Glykogen ist freigesetzt Glucose, Glucose ist Energie. Grillin erhöht bei akuter Gabe den Dopaminfluss im Nukleus Akumbens bei Mäusen, einem wichtigen Teil des Belohnungssystems. Das ist eben auch so eine Sache. Das Belohnungssystem, wo man so viel hört, ist nicht das Glücksding. Es ist ein Belohnungssystem. Man wird belohnt für etwas. Der Manfred Spitzer hat das präziser bezeichnet. Der hat gesagt, das ist kein Belohnungszentrum, erst recht kein Suchtzentrum. Die Funktion des Zentrums ist nicht das Auslösen von Sucht, sondern die Funktion des Zentrums ist es, zu lernen. Deswegen ist auch Social Media so schädlich, weil man immer irgendwelche Sachen lernt, die man eigentlich nicht lernen möchte. John Peterson hat dann ein richtig gutes Video. Moment, das habe ich glaube ich sogar... Ne, habe ich nicht. Tja, dann sage ich es eben nicht. Im Grunde baut sich durch eine Sucht so eine Art Subpersönlichkeit aus, die kognitiv ist, die lügt, die sagt die Wahrheit, die macht Dinge. Und das ist eine große, große Sache, die verstehen, also, oder die ist, sagen wir mal, falsch dargestellt. Das sogenannte Belohnungszentrum könnte man auch als Bedeutungszentrum bezeichnen. Und Fasten, das ist eigentlich die fantastische Sache, Fasten sensibilisiert einen für Belohnungserwartung. Und die Fähigkeit, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, ist eigentlich auch, oder es besteht auch aus der Fähigkeit, den Mangel an Belohnungsantworten auszuhalten. Wie bringt man das alles zusammen? Naja, man überlegt sich, was machen zum Beispiel Mönche? Beten, meditieren, fasten. Kein Wunder, dass die Typen so cool drauf sind. So, hier war aber eine Frage. Lunapai, äh, Lunapai, ja, Lunapai, hallo, ja, hallo zurück. Ludahelm, du wolltest dich auch mal mit Wasserfasten beschäftigen, zum Beispiel in Konversation mit Wandern. Ich empfinde Durstling mehr ab als Hunger. Ja, ähm, es gibt ein Buch, das ich jetzt nicht hier habe, aber von Erik Pfeiffer, müsst ihr mal gucken, von Erik Pfeiffer, das heißt, Moment, Pfeiffer, Amazon, kann ich euch gleich in einer Sekunde nennen. Wahrscheinlich gibt es eine Million Erik Pfeifers. hoffentlich aber auch nicht Tisch. Die Medizin der inneren Uhr, wie Zeitgeber ihre Gesundheit schützen können. Der hat eine Abteilung, äh, hat einen Unterabschnitt zum Thema Wasserfasten. Also, Wasserfasten heißt, man trinkt ja eben kein Wasser. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ähm, ich meine, das gerät halt so ein bisschen so in die, äh, Paläoromantik, sage ich einfach mal, ne, weil hier in Deutschland, da haben wir eigentlich keine Wasserknappheit gehabt, zumindest. Ähm, ne, der Grundwasserspiegel sinkt noch und nöcher, bald haben wir hier auch irgendwie ein paar Probleme wahrscheinlich. Ähm, ich kann mir noch erstmal keinen Reim darauf machen. Prinzipiell finde ich die Idee interessant, weil es eben ein Stressor ist. Und, ähm, das, was ich aber auch gemacht habe, war eben im Sommer, da bin ich, ähm, einmal die Woche für so drei bis fünf Stunden gewandert, also zügig und bergauf und bergab, also es war, sagen wir mal kurz, äh, es war schon eine Ausdauerbelastung, eine milde Ausdauerbelastung und, äh, da habe ich auch nichts getrunken und habe es einfach mal ausprobiert. Okay, du, da haben wir noch eine Frage gestellt, dann geht es hier gleich weiter. Angenommen, die Ernährung ist hinreichend hochwertig, kann regelmäßiges Fasten nicht bei ausreichender Fastenfähigkeit, metabolische Flexibilität, die Nebenniere doch zu stark belasten, er hängt vom Kontext natürlich ab, ähm, wenn man, also ein Problem ist zum Beispiel, wenn man intermittierend fastet und ganz viel psychischen Stress hat. Das Problem ist, dass wir in der Moderne das entkoppeln konnten. Bewegung ist im Grunde, ähm, oder anders, Handeln war früher identisch mit Bewegung. Wenn ich jemanden verletzen wollte, dann musste ich dem eins auf die Fresse geben. heutzutage, äh, kann ich einen fiesen Kommentar zum Beispiel schreiben, irgendwo auf Social Media oder so. Ich wüsste gerne, wer das mal gemacht hat. Ich, ich, es ist mir unbegreiflich, wie man, äh, wie man, wie man das machen kann. naja, egal. Jedenfalls, ähm, das ist eben dann das Problem. Bei psychischem Stress wird, äh, ist die Reaktion genauso wie bei körperlichem Stress. Das Problem ist natürlich, dass die, äh, erstens, dass der psychische Stress meistens langanhaltend ist. Also, körperlicher Stress, der ist so 20 Minuten meistens und dann ist es halt vorbei. Ähm, es sei denn, man joggt oder so, aber für gewöhnlich, 20, 30 Minuten, ne, ein bisschen Action und, ähm, dann hört es halt auf. Oder es ist halt abwechselnd, mit vielen Pausen und so weiter. Aber psychischer Stress ist zum Beispiel Zukunftsängste, wäre so ein psychischer Stress. oder Stress auf der Arbeit Stunden um Stunden um Stunden. Wenn man dann intermittierend fastet und, äh, dann natürlich auch nicht die Energiesubstrate abgenommen werden, ja, dann, äh, kann die Nebenniere in dem, in dem Fall natürlich so stark belastet werden. Wenn man aber jetzt mein Beispiel annimmt, ich bin ein super ausgeglichener Typ, äh, mit einer sehr geringen Agreeableness, einer äußerst geringen Agreeableness, also Big Five, äh, Personality Traits ist da der, äh, Bezeichnungsrahmen. Bei mir gibt es halt keinen Stress. Ich hänge halt hier rum, mache meine Zwischenroutinen und so weiter. Meine Zwischenroutinen, äh, meine, äh, hier Nebennieren sind tippitop, auch wenn ich die ganz schön durchlasse. Ist natürlich auch eine Sache des Trainings, ne, also Progression ist wichtig, auch die Nebennieren wachsen an der Belastung. Also die wachsen nicht, ich weiß nicht, ob die physisch wachsen, aber die Belastbarkeit wird auf jeden Fall besser. Das Hungermon Grillin bereitet unseren Körper auf die bevorstehende Anstrengungen vor. Fasten und Bewegung passen zusammen. Wenn wir fasten, sagt der Körper, bewege dich. Das ist vernünftig, denn schließlich hat Fasten früher einmal bedeutet, dass es Zeit ist, auf Nahrungssuche zu gehen. Fasten erhöht den Neuadrenalinspiegel und verbessert die Sensibilität für Adrenalin. Diese Hormone haben verschiedenste Wirkungen wie erhöhte Kontraktionsfähigkeit der Muskeln, Freisetzung von Energiereserven und ähnliches. Kurz gesagt, Körper und Geist bereiten sich auf Belastung vor. Die Reaktionen des Körpers auf Fasten legen nah, dass er sich in einen Zustand versetzt, der besonders geeignet für Bewegung ist. Auch darum, dass wir genügend Energie zur Verfügung haben, müssen wir uns keine Sorgen machen. Die einmal in der Muskulatur als Glykogen gespeicherten Kohlenhydrate können nicht mehr heraus. Dafür fehlt ihnen das benötigte Enzym Glucose-6-Phosphatase. Also, die Muskeln, also wenn einmal Glucose reingekommen ist, kommt es nicht mehr raus, außer als Laktat. Es gibt den Choryzyklus, so bezeichnet man im Grunde den Kreislauf zwischen Muskel und Leber. Das heißt, die Muskeln verbrauchen Glucogen, das wird als Laktat ausgeschüttet oder als Laktat dann eben exportiert, geht dann eben per Blut an die Leber, die Leber per Gluconeogenese, macht daraus wieder Glucose und schüttet das eben wieder raus und die Muskeln nehmen das auf. Das ist eben auch ein Grund, weshalb viele Leute, ach so darf ich das eigentlich formulieren, das kann ein Grund sein, weshalb man die ketogene Ernährung und auch Training unter der ketogenen Ernährung missversteht. Eine ketogene Ernährung oder der Kohlenhydratverbrauch ist im Grunde ein maskierter Fettverbrauch. Warum? Weil bei einem trainierten Choryzyklus, das bedeutet bei einer guten Fastenfähigkeit, einer guten Ausdauerfähigkeit und so weiter, verbraucht man zwar akut so im Muskel Glykogen, aber ein Großteil davon wird eben über den Choryzyklus wieder recycelt und wieder zurück an die Muskeln geschickt. Indirekt kann der Muskel zum Beispiel auch dann das Gehirn trotzdem noch versorgen. Also der Muskel ist dann ein indirekter Puffer. Also der kann Glucose eben nicht ins Blut abgeben, aber eben als Laktat dann trotzdem Substrate eben zur Verfügung stellen. Und oh Wunder, oh Wunder, auch das Gehirn und das Herz lieben Laktat, lieben es. Und deswegen ist der Kohlenhydrat Verbrauch, der muss anders berechnet werden, wenn man eben, also gerade wenn man das eben trainiert. Es gibt da eine richtig fantastische Studie, die ich noch gründlich durcharbeiten muss, von Ausdauersportlern, die eben lange Low Carb leben und werden eben verglichen mit Ausdauersportlern, also wirklich sehr leistungsstarken Sportlern und eben welchen, die Kohlenhydrat reich sich ernähren und die Ergebnisse, also ich habe die Studie so überflogen, die sind, das ist echt komisch, also wie der Körper auf einmal reagiert, wenn er angepasst ist. Eine Quizfrage, also ich gebe euch mal einen kleinen Spoiler, eine Quizfrage, wie viel, wie verändert sich der Muskelglykogen Gehalt nach dem Training in folgenden Fällen, erstens, man isst Kohlenhydrate danach, zweitens, man isst keine Kohlenhydrate danach. Die Antwort, es kommt darauf an, wenn man keine Kohlenhydrate danach isst oder nur sehr wenig und man ist fat-adapted, dann füllen die Muskeln sich fast gleich wieder mit Glykogen, ganz abstrus. Also eine ketogene Ernährung heißt nicht, dass man keine Glucose zur Verfügung hat. Nicht körperlich, also man wird unabhängig von der Nahrung. Egal, hier weiter mal. Solange du im Anschluss an eine längere und intensive Belastung genügend Kohlenhydrate zu dir nimmst, im Falle einer eher kohlenhydratreichen kostet oder oder die Fähigkeit oder die Fähigkeit eines Körpers trainiert hast, Glucose herzustellen, im Falle einer eher kohlendrat reduzierten Kost, besteht kein Grund zur Sorge. Außerdem kann ein gesunder Körper auf das Körperfett zurückgreifen. Weder Kraft noch Ausdauer sind durch das Fasten eingeschränkt. Hat man auch getestet bei Soldaten, denen haben einfach drei Tage nichts zu essen gegeben und sowohl Kraft als auch Ausdauer sind nicht zurückgegangen. Warum wird dann vielen Menschen schlecht, wenn sie vor dem Krafttraining nichts essen? Zu einem großen Teil ist das psychisch bedingt. Wenn man Leute durch Ersatzstoffe austrickst, verschwinden die negativen Effekte auf Stimmung und Kognition. Neben der Psyche spielen die Fasten Fähigkeit eine große Rolle. Der Fettstoffwechsel vieler Menschen ist nicht trainiert genug, sodass sie von einer beständigen Nahrungszufuhr abhängig sind. Wir können diese Überlegung in den Worten von Art DeVaney, einem der Vorreiter der Steinzeiternährung zusammenfassen. Hunger löst Bewegung auf. Dieser Zusammenhang, also dieser Zyklus zwischen Fasten und Essen, der ist ein bisschen komplizierter. Nehmen wir mal an, ein Beispiel, um das nochmal zu erläutern, ist eben auch, was passiert, wenn man Kohlenhydrate weglässt, aber richtig scheiße viel isst. Also ich habe schon mal eine ketogene Ernährung gemacht, wo ich 6000 Kalorien gegessen habe. Wenn ich diese 6000 Kalorien verbrauche und sagen wir mal, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren, sagen wir mal, ich habe 300 Gramm Protein gegessen, was eigentlich ein bisschen zu viel wäre, aber sagen wir mal, ich hätte für 1000 Kalorien Protein gegessen. Das wären 5000 Fettkalorien, 10% der Fettkalorien werden aber in Kohlenhydrate umgewandelt. Das ist nämlich der Glykorol-Rest von Triglyceriden, der eben der Glyconeogenese zugeführt wird. Wenn wir von 10% eben ausgehen, es gibt auch so eine Keto, ich weiß gar nicht, wie die Formel heißt, die hat auch einen Namen nach irgendeinem Typen, da rechnet man quasi aus, oder kann man ausrechnen, wie Ketogen quasi die Ernährung ist. Also Fett hat einen Wert von 90, also von 90%, also Fett besteht quasi aus 90% ketogenem Material, nämlich den Fettsäuren, und 10% glukoneogenetischem Material, also Dingen, die aus der die Glucose produzieren können, aus denen Glucose produziert werden kann. 10% von 5000, das ist nämlich das Überbleibsel, sind 1000, Entschuldigung, sind 500. Und 500 Kohlenhydratkalorien, das wären durch 4, wie viel ist das? 125. Das heißt, das könnten, könnten schon 125 Gramm Kohlenhydrate sein, oder 125 Gramm Kohlenhydrate, die man Körper daraus herstellt. Das klingt nicht nach einer Low-Carb Ernährung tatsächlich, aber ich hätte diese 125 Gramm zur Verfügung, wenn ich nur 1000 Proteinkalorien und 5000 Fettkalorien zu mir nehmen würde. Deswegen ist zum Beispiel auch ein hoher Energieverbrauch, ein hoher G-Flux, bei einer Kohlenhydratreduzierten Kost, gar nicht mal so verkehrt. So, 54. Wir haben noch 6 Minuten. Hier, der Schluss. Also Fasten und Kognition, ich habe ja noch ein paar Sachen nicht vorgelesen, alles so ein bisschen Hintergrundwissen. Was ist denn gutes Fasten? Es gibt zwei Formen des intermittierenden Fastens, die ich empfehlen kann. Tägliches Fasten mit bis zu 16 Stunden Fastendauer, das heißt beispielsweise, du isst dein Abendbrot um 8 Uhr abends und die nächste Mahlzeit am Folgetag um 12 Uhr mittags. wöchentliches Fasten mit bis zu 24 Stunden Fastendauer, das heißt, dass du nichts weiter isst, das heißt nichts weiter, als dass du an einem Tag nur eine Mahlzeit isst, das Mittagessen oder das Abendessen. Also wöchentliches Fasten meint auch, dass man es eben auf wöchentlicher Vasen macht, ein bis zwei Mal. Die genaue Dauer hängt stark von deinem persönlichen Stoffwechsel ab. Gutes Fasten findet innerhalb, immer innerhalb deiner Fastenfähigkeit statt. Es ist so lange gut, wie du genügend Energiereserven hast und deine Fähigkeit, diese auch anzuzapfen, ausgeprägt genug ist. Metabolische Flexibilität. Intermediierendes Fasten hat Vorteile, solange du sie richtig einsetzt. Wie man in Handwerkerkreisen so schön sagt, nach Fest kommt ab. Fasten darf dich nicht überlasten. Yin und Yang müssen im Gleichgewicht bleiben. Die einfache Frage, macht dich Hunger eher wach oder müde, kann Aufschluss darüber geben, ob dein Stoffwechsel auf die im angestammte Weise funktioniert. Wenn dich Hunger immer müde macht, ist es ein Anzeichen dafür, dass etwas mit deiner Ernährung und Lebensführung nicht stimmt. Daraus folgt, iss nicht, wenn du Hunger, aber Energie hast. Iss, wenn du Hunger hast und energiearm bist. Wenn du das merkst, wenn du nur 14 Stunden gefasst hast, iss, auch wenn du dir eigentlich 16 Stunden vorgenommen hast. Höre auf deinen Körper. noch mal wiederholen. Hör auf deinen Körper. 55 Minuten, jetzt war ich doch ein bisschen schneller. 4 trinken, kenne deine Grenzen, gute Einstellung zum Fasten. Ihr könnt schon mal Fragen stellen, also falls euch irgendwas einfällt. Thema Ernährung und Fasten, bitte keine Politik. Dann könnt ihr schon mal stellen, ich suche hier gerade noch so ein bisschen was raus, was euch so interessiert und wir nähern uns allmählich dem Ende hier der Lesung. Mit dem Fasten anfangen. Ja, mit dem Fasten anfangen. Das ist doch mal, das interessiert glaube ich viele. Nicht jeder wird bereits mit intermittierendem Fasten vertraut sein. Wenn du metabolisch flexibel bist, kannst du direkt damit anfangen. Du lässt lediglich das Frühstück weg und ersetzt es durch eine Morgenroutine mit leichter Bewegung. Schon gehörst du in den Kreis der intermittierenden Fasten. Manchmal ist eine längere Umstellung sinnvoll. Einige der Effekte des Fastens treten bei einer fehlenden Zufall von Kohlenhydraten auf. Darauf ist die ketogene Ernährung aufgebaut. Ursprünglich diente sie dazu, das Fasten für Epilepsiekranke zu imitieren, ohne sie zu verhungern lassen. Man hatte beobachtet, dass die Anfallsleiden sich beim Fasten verbesserte. Das können wir uns zunutze machen. Dazu verteilen wir die Kohlenhydrate eines Tages um. Wir beginnen damit, morgens die kohlenhydratreichen Lebensmittel durch Kohlenhydratarme zu ersetzen. Anstatt Haferbrei mit Früchten gibt es dann Eier mit Speck. Oder wir essen einen großen Salat. Oder wir essen Räucherlachs mit Oliven und Tomaten. Die Möglichkeiten sind vielfältig. So lehnen wir uns schon mal in die Richtung des intermittierenden Fastens. Intermittierenden Fastens. Haben wir uns daran gewöhnt, können wir dazu übergehen, das Frühstück ganz wegzulassen. Dabei ist es wichtig, dass du die Nahrung später am Tag nachholst. Intermittierendes Fasten ist kein Trick, um weniger zu essen. Das ist einer der häufigen Gründe, weshalb die Versuche vieler Menschen scheitern. Sie essen zu wenig und schon bald haben sie Symptome wie häufiges Frieren oder hormonelle Probleme, die mit einer Unterversorgung einhergehen. Einer der großen Probleme von Frauen und dem intermittierenden Fasten ist erstens die Frauen, die sagen, ah, da kann ich ja weniger essen. Natürlich sind die Frauen am Arsch, aber das hätten sie, also die Probleme hätten sie auch bis zu einer gewissen Grenze, wenn sie einfach so weniger essen würden, unabhängig von dem intermittierenden Fasten. Viele Frauen, man merkt das dann auch nicht, viele Frauen haben Probleme mit dem vielen Essen. Teilweise sind das Nahrungsmengen, also die Frauen zu sich nehmen, das sind vier Gabeln oder so. Also, das sind unglaublich geringe Mengen. Also so funktioniert das eben nicht. Intermittierendes Fasten, und das kann man auch im Grunde einfach verstehen, intermittierendes Fasten erhöht die Young-Seite des Lebenswandels. Man hat mehr Young, man braucht mehr Yin. Man kann nicht einfach fasten und nichts weiter verändern. Und eine erhöhte Nahrungszufuhr kann eben dazukommen. Kann eben auch anders laufen. Also, kommt auch wann wieder Balance ist. Wenn man frisst wie ein Schwein und dann fastet, kann es sein, dass es Fasten einen näher an quasi das gewollte Mittelmaß, an den gewollten Ausgleich dann eben bringt. bringen kann. Ich weiß gar nicht, wie der Satz anfängt. So, hier geht's los mit den Fragen. Banana Joe. Wie stark ist der Unterschied von vollständigem Fasten, also nur Wasser, zu Fasten mit Tee und so weiter? Kommt darauf an, was du meinst. Für die meisten Menschen, tja, ich glaube, die Frage musst du noch ein bisschen präziser formulieren. Also, ich weiß nicht, was du meinst mit Unterschied. Metabolisch gesehen ist der Unterschied, soweit ich weiß, quasi null für den Kicker-Dann-Rhythmus. Wenn man Ronda Patrick glauben will, ich hab das noch nicht nachgeprüft, dann besteht der Unterschied in der Aktivierung der Glockgene in der Leber, mindestens in der Leber. Für das Mikrobiom macht es noch einen Unterschied, weil mit Wasser kann es nicht so viel anfangen. Im Tee sind natürlich bestimmte Stoffe gelöst, die auch vom Mikrobiom verdaut werden. Also, viele sekundäre Pflanzstoffe, die haben auch eine Wirkung auf das Mikrobiom. Und auch davon leben die. also nicht immer nur daran denken, dass man irgendwie Dextrin und die ganzen anderen und resistente Stärke und so fressen muss und dann geht es dem Mikrobiom einfach schon gut oder dass man einfach nur mehr davon essen muss. Das Mikrobiom ist komplex, genauso wie die Nahrung. Und deswegen sollte man da nicht versuchen zu tricksen. Das geht kurzfristig gut und langfristig kriegt man mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme. Muss nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben groß und ich sage immer, versucht nicht den Körper zu mikro managen. Das ist nicht eure Aufgabe. Der Körper soll sich selbst managen. Wenn man sich in eine gute Position gebracht hat, dann schafft der Körper das auch. Das sollte das Ziel sein. Angenommen bewegt sich sechs bis acht Stunden am Tag. Wie sinnvoll ist das zusätzliche Fasten? Und wenn sinnvoll, auf welche Art und Weise? Ich interpretiere einfach mal was rein, damit ich die Frage beantworten kann. Kommt von Valentin Wolfssohn. 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 Zwei ist oder mit einem ist. Egal. Jedenfalls kann sehr sinnvoll sein. Die Frage ist halt, bis zu welchem Level man gehen will. Also das ist ungefähr so eine Frage wie, ist es sinnvoll, jetzt nicht sein Kreuzheben auf 100 Kilo zu halten, sondern auf 200 Kilo. Ja, natürlich ist das sinnvoll. Die Frage ist, welche Schwerpunkte setzt man im Leben, wie wichtig ist es einem, wenn du fragst, habe ich dadurch Vorteile? Ja, wenn du dich dahingehend entwickelst und dich nicht überlastest, also dein Gleichgewicht, ein neues Gleichgewicht findest, indem du jetzt das zusätzliche Fasten machst, dann ja, sehr sinnvoll, weil du einfach besser, stärker, cooler wirst, hübscher, vielleicht auch noch. Die 6 bis 8 Stunden ist natürlich fraglich, was es ist. Wenn du Holzfäller bist, also, oder harte Arbeit hast, dann kann es unter Umständen nicht unbedingt gewollt sein, also wenn man wirklich Holzfäller ist, da muss man ziemlich viel essen und es kann natürlich sein, dass man dann im Essensfenster einfach nicht genug zu sich nehmen kann, also das ist dann auch immer ein was wäre wenn. Thorsten mit Borsten, nimmst du noch Kreatin und steigert es die Leistungsfähigkeit des Gehirns? Ich nehme nicht noch Kreatin, sondern ich nehme wieder Kreatin. Ich empfehle es normalerweise insbesondere Leuten, die eine Doppelbelastung haben, aus körperlicher und geistiger Arbeit, weil ja, Gehirn, also es stärkt im Grunde, die Leistungsfähigkeit stimmt nicht so ganz, also man muss sich das, oder zumindest das ist mein aktueller Stand, Kreatin dient eher dem Transport, das ist ein bisschen so wie beim Wasserschlauch, wenn er voll mit Wasser ist und man macht den Wasserhahn an, kommt sofort Wasser raus, wenn da kein Wasser drin ist, dann muss man eben ein bisschen warten, also das funktioniert quasi, und Kreatin ist das Wasser im Wasserschlauch. Das heißt im Grunde jede Zelle, die Leistungsfähigkeit jeder Zelle wird besser, insbesondere aber auch die des Gehirns und ich habe damit sehr gute Erfahrungen, also ich habe das zum Beispiel auch, also ich habe das einigen CEOs, sage ich einfach mal, oder Leitenden Angestellten und solchen Leuten habe ich das eben auch empfohlen, einfach nur wegen Leistungsfähigkeit des Gehirns. Es scheint milde die Stressresistenz zu verbessern, das ist aber jetzt nicht basiert auf Studien, nicht auf Wissenschaft, das ist ein reiner Erfahrungswert von mir und ich stelle das bei mir auch fest. Also ich habe jetzt wieder damit angefangen, ich habe ein Jahr, fast ein ganzes Jahr, keine Ahnung, jedenfalls mindestens ein Jahr, würde ich sagen, habe ich quasi gar kein einziges Supplement genommen, ab und zu, wenn ich mich nachgefühlt habe, war in Magnesium die Ausnahme und habe jetzt wieder mit Kreatin angefangen, vor allem auch, weil mein Training jetzt deutlich intensiver ist, als das es im letzten Jahr war und die Ergebnisse bei mir persönlich, also ich bin ein Hyper-Responder, also ein Kumpel von früher hat immer gesagt, dass aufgrund meines Optimismus immer so ein 20%iger Placebo-Effekt stattfindet, wo bei ihm aufgrund seines Pessimismus ein 20%iger Nocebo-Effekt irgendwie immer wirkt, aber ich persönlich habe da gute Erfahrungen gemacht und auch bei anderen, also empfehle ich sehr regelmäßig, muss nicht sein, aber kann, ja. Steffen V, du hast erwähnt, dass wenn man zu viel von einem Nahrungsmittel isst, eine Intoleranz entwickelt, kann, man kann eine Intoleranz entwickeln. Hast du einen Tipp, einen Hinweis, wie man die Intoleranzen umkehren kann, beziehungsweise einen Buchtipp, Buchtipp bei Nahrungsintoleranzen, ein, habe ich jetzt auch nicht hier, ein Praxisbuch ist von Paul Check, How to Eat, Move and Be Healthy. Das ist im Grunde, ich würde sagen, das Paul Check Ding, oder das Paul Check Pendant zu hier dem Ding von mir, das ist im Grunde das Grundlagenwerk, mit dem man die Grundlagen für den eigenen Lebenswandel schaffen kann und von ihm kommt auch das Ding mit der Rotational Diet. Ich bin nicht ganz einverstanden, was den wissenschaftlichen Unterbau betrifft, also ich glaube, in dem Buch hat er auch nicht direkt zitiert, weshalb ich das Buch so nur unter Vorbehalt empfehle, also ich empfehle Bücher, die nicht direkt zitieren, also wo ihr keine Fußnoten oder Endnoten oder so seht, immer nur mit Bedingung, weil im Grunde ist jeder Versuch an der Argumentation, die Wahrheit von etwas zu übertragen, auf etwas anderes, so ein bisschen so wie beim Staffellauf und wenn man das unterbricht, also wenn nicht klar ist, wo diese Sachen herkommen, die man eben sagt, deswegen sage ich zum Beispiel auch immer und versuche das immer deutlich zu machen, ja das habe ich aus Erfahrung, das habe ich mit meinen Klienten herausgefunden, das habe ich mit Kumpels gemacht, da habe ich halt nur ein Fallbeispiel, das kommt von Erfahrung nur von mir, das ist eine Theorie, eine Vermutung, eine gut begründete, das ist eine Spekulation, sowas hört er dann von mir häufig, das liegt eben daran, dass ich diese Verbindung eben klar machen will, wo eben die Sachen herkommen und das ist eben bei ihm nicht gemacht und der ist ein bisschen eh so, der Erfolg gibt ihm recht, also das Gesamtpaket ist cool, auf jeden Fall kann man da sich die Praxis holen und das ist sehr viel wichtiger, finde ich, als dieser ganze Theoriekram. Ich hatte eine Intoleranz, am besten bekommt man die weg, indem man einfach ausgewogener ist. Die Intoleranz ist ja nur ein Symptom und keine Ursache, ganz genau. Das ist auch eine wichtige Unterscheidung, die man lernen muss oder lernen sollte, nämlich symptomatische Beschreibungen und kausale Modelle. Wenn man zum Beispiel die Kalorienbilanz auch nimmt, da bin ich gar nicht gekommen, wenn man die Kalorienbilanz nimmt, dann ist eben die Frage, okay, ist die Kalorienbilanz nicht viel eher ein Symptom anderer Sachen? Das bedeutet, wenn man am Symptom herumdoktert, nämlich die positive und negative Kalorienbilanz irgendwie erreicht und hoch und runter geht oder was auch immer, doktert man da nicht einfach nur am Symptom herum, an der Beschreibung, sondern das kausale Modell wäre zum Beispiel, oh, ich produziere zu viel Hungerhormone, ich habe Nahrungsintoleranz, die zu Hunger führen, ich habe, also geht auch, oder ich habe Nahrungsmängel, also Makro- oder Mikronährstoffmängel, die zu Hunger führen oder was auch immer, die eben dazu führen. So, erstmal noch keine Fragen, ich warte nochmal ein paar Sekunden, also wenn ihr Fragen habt, ich sage, haut die einfach alle drei nach raus, ich kann die ja hier in dem Chat herumscrollen, dann, wow, ich kann die Einstellung machen, Chat in einem neuen Fenster öffnen, ich glaube, das mache ich demnächst mal, ich möchte nämlich den Chat hier einblenden, ich habe nicht die Möglichkeit, ich kann dir mal zeigen, ich kann dir ein bisschen ein paar Sachen machen, ich könnte jetzt zum Beispiel auch das Ding so richtig groß und klein machen, und weil ich hier das sogenannte OBS-Studio benutze, da muss ich das mal ein bisschen hier verbessern, oh, gleich kommt das, ich sehe mich ja mal 15 Sekunden Zeit verzögert, so, na gut, Fragen habt ihr anscheinend keine, dann mache ich hiermit Schluss, warte noch 5 Sekunden auf einer Spätze einer Frage, 1, 2, denkt dran, 5 Sekunden Verzögerung, 3, 4, aha, inwiefern spielt das Alter eine Rolle? Das Alter macht prinzipiell schlechter, und deswegen sinkt die metabolische Flexibilität, und deswegen kann es sein, dass man nicht mehr so gut fasten kann, und dann auch nicht mehr so fasten sollte, muss aber auch nicht sein, es gibt, also es gibt sehr viele Anekdoten zumindest, von den Super-Centenarians, also den Leuten, die über 110 Jahre alt geworden sind, und ständig hört man Low Carb, man hört ganz viel, ich esse nur eine oder zwei Mal am Tag, solche Sachen zum Beispiel, aber ich kenne keine einzige Studie, die sich damit beschäftigt, das ist nur eine theoretische Herleitung, Fall kam von Valentin Wolfssohn, Na gut, dann schließen wir das Das-Lesung hiermit ab, nächstes Mal Kognition und Ruhe, ich denke mal, dass ich den Kognitionsteil ein bisschen ausführlicher machen werde, vielleicht werde ich da auch ein bisschen persönlich, ausgegeben im Anlass, so Richtung Stress, insbesondere auch, genau, gerade hier, dass die gute Kognition ist, was eine gelungene Karriere ist, und so, gehört nämlich auch zum Lebenswandel, schließlich verbringen wir die Hälfte unserer Wachzeit mit Beruf, Naja, danke, dass ihr da wart, oh Gott, jetzt schreie ich hier, und dann wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag, trainiert schön, esst schön, und bis bald.